Bei diesem ist mehr Wind, wie hier dieser Faust hier rumgeflogen. Das hat funktioniert. Nur leider alles in dem Feld noch nicht mehr über den Zaun. Das ist die Jungfrau. Das kann ich auch während der Fliegen einfach machen. Da ist halt eben großartig. Ansonsten jeder Mensch direkt in der Form wieder rein. Genau. Also so GPS und dann alles klar. Im Moment wieder rein. Schnell nach Deutschland. Ratschern. Ratschern. Ratschern in der Kuart werden. Ratschern in der Kuart. Oh, ne? Hä? Ist das heiß? Ist der andere? Ich bin gerade mit Boxengasse. Weil ich keine Lust habe, mit einem guten Handy hier durch Wald und Wiese zu hantieren. Das ist eigentlich gut, weil ich wollte mir demnächst ein neues holen. Dann habe ich mir ein altes Handy. Ich kann das dann benutzen für... Sehr gute Idee, danke. Ja, das geht mir an. Ich bin gerade noch mit dem Wiesentle. Ich bin gerade mit der Adräumat, die es in einem neuen Barschung, mit einem kleinen Wiesentleve hier. Ich bin gerade noch mit mir dabei. Du bist und selber war wieder etwas Unbewegung. Ich bin gerade, dass du hier in dieser Barschung ist. Ja. Ich bin gerade noch gerne mit dem Wiesentleveil und Kaputzeich. Ich bin gerade mit dem Weißentleveil. Du bist in kleinen und so. Ich bin gerade mit dem Wiesentleveil. Da geht doch die Spannung nicht hier, durch die Ströme die da ziehen. Blöde ist, mit der Kamera kannst du den schlecht, du siehst einen Punkt wie Fliegenscheiß auf dem Display. Ich will nicht zu nah ran zoomen. Ich kann auch noch ein bisschen Höhe haben. Ich kann aber näher ran zoomen, dann ist es aber... Was hat das denn jetzt? Zur Seite, da hast du die Trimmungen richtig gehabt. Du hast eine Seite weggekippt. Nicht, dass er am Gras hängen geblieben ist. Wirklich? Ja, das ist mir hier auch schon passiert. Ja, ja. Der ist mit Sicherheit irgendwo im Gras hängen geblieben eben. Wir drehen uns herum, dann nehme ich mal hier mit dem Futterparad auf. Da habe ich den Dreck von vorne auch. Ich gucke mal, ob ich da ran komme. Ich mache noch ein Bild, dass ich noch näher ran komme. Bleib stehen, ruhig so. Da brauche ich nicht zu wahren mit der Kamera. Und welche Preisklasse liegt der? Ja, ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufen. Ich habe mir den gut gefunden. Der, den ich bezahlt habe, muss ich mal die aktuelle Lage geben. Ja. Der hat ja bezahlt, das braucht man ja jetzt nicht zu wissen. Die aktuelle Lage ist. Ich glaube, bis du bei um die 1.000 Euro. Ja. Ja. Wirklich. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin mir schon krass. Aber die Kamera hat dieselbe Frequenz wie die Rotoren. Dann bleiben die fast stehen. Ja. 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 Ich bin mir schon krass. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018